So, dann herzlich willkommen zur Vorlesung Allgemeines Linearungsmodell im Bachelorstudium Psychologie im Sommersemester 2024. Wichtiger Hinweis am Anfang, die Aufnahme läuft. Ich zeichne also diese Vorlesungen auf, um sie Ihnen im Nachgang zur Verfügung zu stellen. Am letzten Donnerstag hat die Aufnahme leider nicht funktioniert, da wurde der Ton nicht erfasst, deshalb zeichne ich diese Vorlesung jetzt ohne Publikum auf. Ansonsten gilt für Sie aber der Hinweis, sollten Sie wünschen, mit Ihrer Stimme nicht im Internet, auf YouTube zu hören zu sein, lassen Sie mich das bitte wissen, sondern kann ich das gegebenenfalls aus der Vorlesung entfernen. Anderenfalls wird eben die Vorlesung, so wie ich sie aufzeichne, ungeschnitten hochgeladen und Sie können es dann im Nachgang zum Lernen verwenden. Gut, wir wollen hier jetzt zunächst ein paar organisatorische Klärungen vornehmen, bevor wir mit der ersten Vorlesungseinheit einsteigen und zunächst zu mir. Mein Name ist Joram Soch. Ich bin seit Januar dieses Jahres wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Methodenlehre I und ich bin dieses Semester zuständig für diese Vorlesungen und für einige Vorlesungen des Begleitseminars Analyse und Dokumentation, was Sie mittwochs bei Belinda Fleischmann besuchen. Sollten Sie Fragen haben, Sie können mir gerne schreiben, welche Fragen auch immer Sie haben. Wichtig dabei ist, benutzen Sie bitte die hier angegebene E-Mail-Adresse joram.soch.ofgu.de. Bitte benutzen Sie keine anderen E-Mail-Adressen von mir, die Sie gegebenenfalls im Internet finden. Gut, dann wo sind wir hier genau? Das ist also die Vorlesung Allgemeines Meeres Modell und das ist im Modulhandbuch das Modul B2 und läuft dort unter dem Titel Inferenzstatistik. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass das Modulhandbuch gerade überarbeitet wird, hin zu einer etwas moderneren Einteilung der Lehre von Statistik für Psychologen und früher hieß das Deskriptivstatistik und Inferenzstatistik. Bei uns heißt das eben Wahrscheinlichkeitstheorie, frequentistische Inferenz und allgemeines Lineares Modell. Die Vorlesung wird donnerstags stattfinden, 13-15 Uhr jede Woche und in geraden Kalenderwochen zusätzlich von 15-17 Uhr. Das hat folgenden Hintergrund. Diese Veranstaltung ist auf dem Papier eine 3-Semesterwochen-Stunden-Veranstaltung und wir haben uns das so überlegt bei der Lehrplan- oder bei der Stundenplan-Abstimmung in den Semesterferien, dass wir diese Vorlesung auf Donnerstag 13 Uhr legen und dass es dann jede zweite Woche eine zusätzliche Sitzung gibt, sodass wir im Durchschnitt 1,5 Sitzungen pro Woche von dieser Vorlesung haben. Ja, alle Kursmateriellen, das heißt diese Folien und diese Videos und ein Vorlesungsskript, zu dem ich gleich noch was sagen werde, finden Sie auf der Kurswebseite. Die Kurswebseite ist eine Unterwebseite von unserer Lehrstuhl-Homepage, also gehen Sie einfach auf Professor Ostwald, Methodenlehre 1, dann Lehre, Sommersemester 2024 und allgemeines Lineares Modell. Dort finden Sie das alles. Es gibt auch eine Moodle-Seite zu diesem Kurs, die benutzen wir allerdings nur für Ankündigungen, das heißt, wenn es Terminänderungen im Semester geben sollte und natürlich für die Klausur. Es wird eine Klausur geschrieben am Ende dieses Kurses. Diese Klausur wird aus 30 Fragen bestehen. Jede Frage ist eine Multiple-Choice-Frage. Jede dieser Multiple-Choice-Fragen hat vier Antwortmöglichkeiten und von diesen vier Antwortmöglichkeiten ist genau eine Antwort richtig. Diese Klausur schreiben wir am Ende des Sommersemesters und sollten Sie die Klausur nicht bestehen, dann wird es einen Wiederholungstermin für Sie in den Semesterferien des kommenden Semesters geben. Termin und Ort der Klausur finden Sie dann rechtzeitig auf der Webseite des Prüfungsamts der FNE, wird aber wie gesagt auch über die Moodle-Seite bekannt gegeben. Hier haben wir jetzt den Semesterplan, das heißt also die Vorlesungseinheiten, die uns dieses Semester erwarten. Ich habe mir die Materialien einmal angesehen und gemäß ihrem ungefähren Umfang auf die Sitzung verteilt. Es ist durchaus möglich, dass wir von der zweiten Sitzung, also donnerstags 15 bis 17 Uhr in den geraden Kalenderwochen, dass wir da nicht die gesamte Zeit benötigen werden. Es könnte also sein, dass wir dann da auch mal nach 60 oder 45 Minuten fertig sind. Das kann ich jetzt aber noch nicht genau sagen, weil ich diese Vorlesung gerade zum ersten Mal gebe. Zur Strukturierung der Vorlesung und Grundlagentheorie und Anwendung werde ich gleich zum Beginn der ersten Einheit noch was sagen. Hier haben Sie jetzt dasselbe nochmal in einer anderen Darstellung und mit den Sitzungen des Seminars Analyse und Dokumentation zusätzlich. Also wir haben hier links die Wochen, in der Mitte die Sitzung dieser Vorlesung und rechts die Sitzung des Seminars. Die Farbgebung steht für die Lehrpersonen, das heißt also, dass ich mir diese Veranstaltung mit Belinda Fleischmann teile. Die Sitzungen in Orange werden von mir gegeben und die Sitzungen in Grün werden von Frau Fleischmann betreut. Das Seminar, dazu hatten Sie ja gestern schon die organisatorische Hinweise, das ist aufgeteilt in zwei Gruppen, aber der Verlauf ist dabei natürlich derselbe. Es gibt auch zwei Feiertage im Semester, das sind einmal der 1. Mai und Christi Himmelfahrt. An Christi Himmelfahrt findet keine Vorlesung statt und am 1. Mai wird es kein Seminar geben. Hier haben Sie einmal die Übersicht der Themenkomplexe, die laut Modulhandbuch des Studiengangs in diesen Veranstaltungen vermittelt werden sollen. Ich habe Ihnen hier rechts daneben geschrieben, in welchen Lehrveranstaltungen wir diese Themenkomplexe ungefähr eingruppieren. Das sind jetzt also alle Themen des Moduls und hier ist zugeordnet, in welcher Vorlesung oder Seminar wir dies vermitteln. PDS steht für Programmierung und deskriptive Statistik. WTFI ist Wahrscheinlichkeitstheorie und präquatistische Differenz. Das sind die beiden Kurse, die Sie im Wintersemester besucht haben. ALM ist Allgemeines Veniales Modell. AD ist Analyse und Dokumentation. Und Sie sehen hier, dass wir mit dem ALM jetzt wirklich im Anwendungsbereich sind. Das heißt, wir werden dieses Semester sehen, wie die Grundlagen zur Wahrscheinlichkeitstheorie, die Sie sich im letzten Wintersemester erarbeitet haben, wie die jetzt nutzbar gemacht werden können zur Prüfung von Unterschiedshypothesen, von Zusammenhangshypothesen, für Multiple Linear Regression, Varianzanalyse, Kovarianzanalyse und dergleichen mehr. Gut, dann zu der Frage, was ist klausurrelevant? Die Vorlesungsfolien inklusive der Selbstkontrollfragen sind klausurrelevant. Das Vorlesungsskript ist nicht klausurrelevant, aber hilfreich beim Lernen. Das Vorlesungsskript ist quasi eine Verschriftlichung dieser Vorlesungsfolien mit noch mehr Erklärungen und Erläuterungen drumherum. Und das hat Professor Ostwald für den Kurs letztes Jahr geschrieben. Ich bin gerade dabei, das zu überarbeiten und werde Ihnen das dann im Laufe des Semesters zur Verfügung stellen. Der Kurs wurde natürlich im früheren Jahr auch schon mal gegeben. Und wenn Sie auf unserer Lehrstudium-Page in die Kurswebseiten der früheren Jahre schauen, finden Sie dort auch Altklausuren. Das heißt, Sie können sich da so ein bisschen orientieren, welche Dinge wurden in den letzten Jahren abgefragt, was war jeweils wichtig. Und wenn Sie zur Probe mal diese Altklausuren durcharbeiten und bestehen, dann sind Sie definitiv auch dieses Jahr gut vorbereitet. Hier ist noch eine Liste von weiterführender Literatur. Generell sollten Sie natürlich immer bereit sein, in Lehrbücher reinzuschauen. Für die Zwecke dieses Kurses reicht es aber aus, wenn Sie sich mit dem Vorlesungsskript begnügen, da es eben eine sehr genaue Begleitliteratur ist. An der Stelle habe ich Ihnen hier nochmal die Evaluation des Kurses aus dem letzten Jahr reingepackt. Also wir haben hier allgemeines Jahresmodell Sommersemester 23. 70 Studierende haben diesen Fragenbogen beantwortet. Und ja, also die Evaluation ist im Grunde gut ausgefallen. Der Kurs wird als gut strukturiert und gut vorbereitet beurteilt. Die Klausur war nicht zu schwer, zumindest letztes Jahr. Und das ist also eigentlich sehr ermutigend. Was wir jetzt häufig beobachten, ist, dass halt auch diese erste Frage, und die Fragen hier oben, ich interessiere mich für das Thema des Kurses, also dass die Hälfte der Studenten damit Nein antworten und nur ein Drittel der Studierenden das bejaht. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, was das genau bedeutet. Wenn es heißt, dass sie Mathe nicht mögen oder dass sie Statistik schwer finden, dann ist das natürlich legitim. Das ist ja auch so, dass es nicht jedem gleich leicht oder gleich schwer fällt. Es sollte natürlich nicht heißen, dass sie nicht daran interessiert sind, wie man auf wissenschaftliche Art und Weise zu evidenzbasierten Aussagen kommt. Und das ist ja letztendlich das, was wir hier in den Statistik-Lehrveranstaltungen Ihnen vermitteln wollen. Es ist allerdings so, dass die meisten, auch wenn sie sich nicht für das Thema des Kurses interessieren, Datenanalyse für ein wichtiges Thema in der Psychologie halten. Und das ist ja dann doch sehr ermutigend. Das hier ist die Evolution aus dem Wintersemester. Also Wahrscheinlichkeitstheorien, Privatistische Inferenz, Wintersemester 23, 24, 49 Studierende haben hier den Fragebogen beantwortet. Und die Evaluation fällt hier sehr ähnlich aus. Der Kurs ist gut vorbereitet, die Vorlesung ist verständlich. Es gibt ausreichend gelegentlich Fragen. Das Niveau der Klausur ist angemessen. Wir haben hier oben natürlich wieder diesen etwas demotivierenden Befund, dass sich nicht alle für das Thema des Kurses so stark interessieren. Und ja, also letztendlich muss man damit leben, aber Datenanalyse ist natürlich trotzdem wichtig. Sie wissen ja, oder Sie haben ja wahrscheinlich schon bemerkt, dass wir hier am Lehrstuhl den Anspruch haben, Ihnen Statistik nicht, wie das in der Psychologie sonst üblich ist, so in Form von Backrezepten beizubringen, die Sie dann nachschlagen können, ohne aber zu wissen, was das genau bedeutet, was Sie da eigentlich tun, sondern dass wir Statistik von Grund auf lehren wollen, sodass Sie auch die mathematischen Grundlagen verstehen. Das hat den Nachteil, dass es natürlich schwieriger ist, mehr Zeit abfordert, mehr Detail, mehr Tiefe. Auf der anderen Seite können Sie dann vielleicht auch für sich in Anspruch nehmen, ein gutes, grundlegendes, fundiertes Verständnis von statistischer Analyse zu haben, wenn Sie unsere Lehranstaltung erfolgreich abgeschlossen haben. Hier am Ende habe ich jetzt noch drei Folien reingepackt, die auch Professor Oswald in seiner Vorlesung im Wintersemester hatte. Das sind so Hinweise von unserer Seite oder Empfehlungen, die wir geben würden, wie Sie mit den Lehrveranstaltungen arbeiten sollen. Ob Sie das dann so tun oder nicht, ist natürlich Ihnen selbst überlassen. Also zur wöchentlichen Mitarbeit im Kurs. Lesen Sie bitte, bevor Sie zur Vorlesung kommen, das Vorlesungsskript von der jeweiligen Sitzung. Sollten nach Ihrer Lektüre des Skripts oder nach den Erklärungen in der Vorlesung immer noch Fragen bestehen, etwas nicht verstanden worden sein, dann fragen Sie bitte in der Vorlesung. Das ist ganz wichtig, dass Sie im Rahmen der Vorlesung fragen, weil das hilft Ihnen und Ihren Kommilitonen beim Verständnis der Inhalte und es hilft auch uns, weil wir dann auf gewisse Hochstellen aufmerksam gemacht werden, die wir halt vielleicht vorher nicht gesehen haben bei der Vorbereitung der Lehrmaterialien. Gut, dann zur Arbeit mit den Selbstkontrollfragen. Also die Selbstkontrollfragen sollen den Vorlesungsskript fokussieren, auf die insbesondere auch für die Klausur wichtigen Inhalte. Wenn dort steht, geben Sie wieder, dann ist damit gemeint, geben Sie wortwörtlich wieder, was zum Beispiel die Definition oder das Theorem besagt. Und dazu muss die entsprechende Definition oder das entsprechende Theorem auswendig gelernt werden. Wenn dort steht, erläutern Sie dieses oder jenes Theorem, dann bedeutet das, nutzen Sie Ihre eigenen Worte wieder, was die Definition oder das Theorem besagt. Für die Erläuterungen ist es meist hilfreich, sich die Bemerkungen anzuschauen, die jeweils unter der Definition oder unter dem Theorem angegeben sind. Die Selbstkontrollfragen sind auch für uns Grundlage für Entwicklung von Klausurfragen. Das heißt, wenn Sie die Selbstkontrollfragen gewissenhaft durcharbeiten, dann sind Sie in der Regel gut vorbereitet für die Klausur. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so, dass Sie aus Selbstkontrollfragen gleich auf Klausurfragen schließen können. Also die Fragen in der Klausur werden anderer Natur sein. Die Selbstkontrollfragen sind immer offen gehalten. Sie müssen dort etwas wiedergeben. Während die Klausurfragen, wie gesagt, Malte-Bit-Choice-Fragen sind. Und das kann bedeuten, dass oft noch ein Denkprozess erforderlich ist, um aus den Vorlesungen dann auf die richtige Malte-Bit-Choice-Antwort zu schließen. Gut. Dann finden Sie hier noch diese drei Lernphasen, die Ihnen Prof. Oswald auch schon erklärt hat im Wintersemester. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, nur zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens, versuchen Sie nicht, eine große Aufgabe sofort an einem Tag oder in einer Stunde bewältigen zu wollen. Also teilen Sie sich große Aufgaben, zum Beispiel das Lernen für diese Klausur, in viele kleine Aufgaben ein, die Sie dann auch zeitlich für sich besser einplanen können. Und das Zweite ist, versuchen Sie nicht sofort, gleich am Anfang, die Inhalte auswendig zu lernen, sondern folgen Sie eben diesem Phasenmodell hier und überblicken Sie zunächst mal, was ist in der Vorlesungseinheit drin. Versuchen Sie dann zu verstehen, was da gesagt wird und wie die verschiedenen Definitionen und Theoriegen miteinander zusammenhängen. Und lernen Sie erst dann die Dinge auswendig, denn wenn Sie vorher verstanden haben, was genau die Definitionen und Theoriegen besagen, dann ist das auswendig Lernen meist gar nicht mehr nötig, weil Sie schon ein intuitives Verständnis davon erworben haben. Gut, an dieser Stelle kämen jetzt Ihre Fragen. Da wir das bereits in der Vorlesung am Donnerstag gemacht haben, werde ich jetzt die Aufzeichnung an der Stelle schließen und dann geht es gleich weiter mit der ersten Vorlesungseinheit zu einfacher linearer Regression.